Ich habe eine besondere Freundin mitgebracht, die aber in ganz eigentümlicher Art und Weise reist. In 139 Folgen hat sie am Master jeden Wunsch erfüllt. Heute setzt sie sich für den Liveball ein. Und passt noch immer in ihr Kostüm von damals. Wow, das ist das Original Kostüm, ja? Wahnsinn, erstaunt sogar Melanie Griffiths und die Discoerzwillinge. Das würde überraschend, es hat keiner gewusst, dass sie das Kostüm anhaben wird. Wahnsinn. Vielen Dank. Und, you know, before my last master let me out, I spent 2,000 years in my body. What a relief! Hallo, Fiona! Und ich bin so glücklich, dass ich diesmal nicht so lange warten musste. Denn das ist ein Kampf, in dem wir keine Zeit haben, die wir verlieren können. Also Master, ich gewähre dir drei Wünsche. Was ist dein erster Wunsch? So, here goes. Ich wünsche mir weiteren Ausbau von medizinischen und logistischen Netzwerken, die Ärzte und Forscher noch schlagkräftiger gegen HIV und AIDS machen. Organisationen, die es schaffen, betroffene Kinder nach neuesten Erkenntnissen zu behandeln und mit dem Fortschritten an der Spitze der ES-Forschung steht. That's my first wish. Das ist mein erster Wunsch. Very well, Master.